Musik Hallo Leute was geht, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, mit dabei ist heute lieber Es-Geschön-Youtube Hi Leute, ich wollte mal sagen, dass ich dabei bin und vielleicht habt ihr... Leute, ganz Tobi, entspann dich, Leute, wir werden jetzt gemeinsam hingehen und das neue Turret mal... Thomas, das hast du bitte reingeschnitten, danke Das neue Turret auf jeden Fall mal ein bisschen durchtesten Wir haben uns nämlich gedacht, Leute, wie geil wäre es, wenn wir ein kleines Fallschirm-Flugzeug-Battle machen Wir bauen ein richtiges Flugzeug, aus dem Tobi und ich immer rausspringen Ein paar Hindernisse in die Luft, die Tobi umfliegen muss Und ich schieße quasi, oder Tobi schießt mit dem Turret, den Fallschirmjäger die ganze Zeit runter Wenn der Fallschirmjäger es aber schafft, hinter dem Turret zu landen, hat er quasi gewonnen, meine Freunde Diesen Spielmodus patentiere ich und nenne ihn Fallschirm... Super, ich würde sagen, meine Freunde, wir joinen direkt ins Game rein Und dann geht es sofort los, wir sehen uns gleich einfach, wenn wir alles gebaut haben, ist leicht Man kann hier anmoderieren Wo? Geht das? Alter, komm mal hier hoch Hä, was denn? Kann man da Durchsagen machen? Meine Damen und Herren, mit der Nummer 7 Die eine Mannschaft von dem SC Braunschweig Ich gehe, ich gehe Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Spiel mit sich bringt Die zwei Partien FC Braunschweig gegen Keuter Gut, Leute, das Flugzeug ist aber hier noch fertig Ist jetzt... Hä, was ist das, Junge? Mach weiter jetzt Tobi, das kannst du so nicht machen Mach jetzt weiter Was ist das? Hä? Ist das dein Ernst? Okay, das Flugzeug war eigentlich fast schon fertig, bis Tobi denn das draus gemacht hat Ich würde sagen, Leute, ich baue hier oben schon mal die Fläche hin, auf der Tobi landen muss letztendlich Aber warte mal, warte mal Die wird nämlich hier vorne sein, ja Lächel oder Fläsche Warte mal, Junge Nein, ich finde das aber cool Ich finde das aber cool Kleines Mädchen Also, Leute, Tobis Aufgabe ist relativ simpel Er muss quasi hier einmal landen hinter mir Ist halt die Frage, ob er schafft, ob ich ihn überhaupt mit dem Geschütz... ähm... Junge, was? Aua, hör mal auf! Hast du noch ein paar letzte Worte? Hey, warte mal Warte kurz, Mathe-Aufgabe, ganz kurz 148 plus 100 Ja, 148... 248 Was? Ey, du hast echt falsch gerechnet Hä? 148 plus... 148 plus 100 Ja, 248 Geh jetzt nach oben in dein Flugzeug und spring hier runter, Tobi Au, lau... Gut, Leute Runde 1 des Flugzeug-Battles beginnt Was ist... was hast du da oben gebaut, Junge? Wie sagst du das heute? Was ist das? Was hast du da draus gemacht, Junge? Och Mann, okay Let's go 3, 2, 1 und go Siehst du ja meinen Namen? Ja, natürlich sehe ich deinen Namen Ja, irgendwie blöd Ich weiß nicht Okay, komm Oh, au Oh, was? Ja! Oh mein Gott, das war richtig close, Digga Das war richtig close Wie viele Versuche hatten wir? Man hat, ich würde sagen, 5 Versuche Okay, Runde Nummer 2, let's go Ich hab dir schon Hits gegeben Nein Doch, ich hab dir von Jon Bon Jovi It's My Life gegeben Das ist ein absoluter Superhit It's My Life Aha The one ever Nein 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 Schau was Wie viel HP hast du noch? Warte, wir machen so. Was denn? Wer die höchste Winstreak schafft, Killstreak. Jetzt bist du auf dem Flugzeug und jetzt gehe ich hierher. Okay, 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 okay. Das ist voll der Nervenkitzel. Wie viel HP hast du? 35. Okay, warte. Vielleicht geht doch, du musst aufs Flugzeug. Tobi, ich kann nicht ganz kurz, ich muss mir die Schuhe binden. Warte ganz kurz. Aua, ich muss mir auch... Okay, Leute, Fliegerangriff von mir auf Tobi. Tobi, wieso hast du dich nicht... Hör mal auf jetzt! Wieso hast du dich mal... Rechts ist links ist nicht, was ich mit. Du hast dir nicht mal Mühe gegeben. Aufhören. Hallo! Junge, entspann dich mal, das Flugzeug bleibt stehen. Das darfst du nicht antasten, so. Alarm. Oh, du fliegt schon los. Au! Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein! Nein! F***, Junge! Ich habe fast die Kasse kaputt geschossen. Junge, ist die beschädigt worden? Nein, nein, fast nicht. Ich habe gerade gegessen! Haha. Hä? Du hast es nicht geschafft. Doch! Wir entspannen uns jetzt erstmal, okay? Hör doch mal auf jetzt! Die Wand bleibt stehen! Die Wand bleibt stehen! Hä? Nein! Ich wollte gerade mein Chak-Chak trinken! Mann, Junge! Hä, was? Digga, was war dein Plan? Du hättest ja mal was trinken können. Ich hätt dir nichts dagegen machen können. Nein! Gute Ablenkung! Nein! Ja, 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 ja! Oh Gott, oh Gott! Oh nein! Ah! Nein! Hä? Ich hatte, ja Moment mal, ich hatte die Waffe aber im Inventar, Digga, weil ich andere Sachen da drin hatte. Ja, auch da vor. Konnte ich sie nicht aufnehmen. Ich habe die Waffe jetzt trotzdem, ne? Ja, passt ja. Ja, gut. Dann muss ich nur noch hinter dir landen. Ne. Doch? Ne. Aber wer verbietet mir eigentlich von dir oben zu schießen? Äh, ich. Aber was willst du machen? Mann, da trifft dich nichts! Mein Ansatz, habe ich dir überhaupt Schaden gemacht? Ne. Man trifft dieses Ding. Man trifft das Ding nur, ne? Oh mein Gott, Junge. Okay, okay, okay. Okay, was sind nämlich daran, dich jetzt zu töten? Ähm, also das Regelwerk. Ja, Junge, das ist so unglaublich schwierig, Alter. Ja, Junge, keine Chance. Man kommt einfach nicht ran. Man kommt nicht ran, man kommt nicht ran. Ich habe 35 HP nur noch. Du musst einmal landen. Ich habe es auch geschafft. Junge, das ist einfach unmöglich. Nein. Nein. Oh, Digga, finally, Alter. Junge. Wie viel waren das jetzt? Drei oder vier. Okay, 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 okay. Oder vier. Sagen wir vier. Drei. Okay, okay, sagen wir vier. Okay. Okay, Runde Nummer zwei. Let's go. Okay, drei, zwei, eins, go. Au. Nein. Nein. Oh Gott, Junge, war das close, Alter. Oh, Digga. Gerade die Waffe im Anschlag gehabt. Boop, 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 boop. Okay. Ich glaube, es ist noch geiler, wenn man das zu mehreren Leuten spielt, oder? Nee. Doch. Ja, mit zwei Schützern. Schützern. Und so 100 Leuten, die runterspringen. Man kann so übelst ein Ding machen. Kastenserver. Den Modus. Ja, und Kastenserver halt. Nein, nein, so eine Burg, die musst du verteidigen. Ja, finde ich geil. Okay, machen wir demnächst, Leute. Auf geht's. Tobi, komm runter. Auf, wenn man keine Ahnung zu sehen. Los geht's. Bruder. Es ist so ein Mücken. Oh, ist schlecht von dir gespielt. Nee. Okay, komm nochmal, komm nochmal ran, komm nochmal ran, komm nochmal ran. Ja, drei. Komm, wenn ich fünfer schaffe, dann habe ich gewonnen, oder? Junge, was machst du da oben? Bruder, es ist so unmöglich. Nein. Mann, hör auf, wenn du keine Melodie zu spielen. Okay. Vier hast du jetzt. Au, es geht doch nicht weiter. Ich schieße jetzt auch auf dich. Nein, nein. Nein. Oh mein Gott, nein. Ja. Fuck, Junge. Okay. Damn, Bro. Hey, Leute, ich habe so viele geile Ideen damit. Ich glaube, Tobi, wir nehmen da nach direkt noch ein Video auf. Hey, wer hat das gesagt? Also, ich. Okay, drei, zwei, eins. Ignition. Oh Gott, er hittet nicht, er hittet nicht, er hittet nicht. Hä? Was ist das, mein Lütz? Nee. Pff. Egal, ich habe die Waffe schon mal. Ich habe die Waffe schon mal. Das ist schon mal die halbe Miete. Die ganze Miete ist, wenn man dich getötet hat, glaube ich. Hey, nein. Die ganze Miete ist ein Monat. Oh, okay. Tut mir leid. Hä, Linksklick ist Feuer? Aber hier ist doch gar kein Feuer. Hey, das haben wir nicht. Nein, nein. Das haben wir nicht gesagt. Was, Junge? Ja, das zählt, oder? Nein, hä? Nein, das zählt nicht. Weiter geht's. Hast du einen Jump wieder hingemacht? Nein. Echt fies. Aua, meine Beine. Nein, wieso haben wir nicht? Ich hätte schießen. Ich Idiot, Alter. Ich hätte schießen müssen. Ja, das seh ich nicht. Du Rumsann. Wie viel hast du jetzt? Drei. Ey, Junge, das ist so krank. Ah, Junge. Das Geschütz ist weg. Ja, ich habe es kaputt gemacht, weil ich drauf geschossen habe. Egal, wie viele waren das? Ja, ungefähr. Und ist qualifiziert. Nein, warum? Ja, weil ich hatte keine Chance, sich zu tönen. Ja, kann ich ja jetzt für, wenn dann geschützt, dann, dann, also, ne. Tut mir leid. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe gesagt, jetzt nicht Google. Leute, entscheidende Runde. Wenn ich jetzt 5er-Streak hole, habe ich das Ding gewonnen, oder Tobi? Ja. Bist du eigentlich komplett kaputt, Junge? Was ist denn mit dir, Alter? Okay. Okay, drei, zwei, eins und go. Oh mein Gott, was? Ich sehe dich nicht mehr. Ich kann nicht so hoch schießen. Du kleiner Assi. Du kleiner. Komm, Helbi, wieso hast du die Waffe nicht einfach genommen? Okay, dann komm runter. Nein! Mann! Wer nicht schießt, der nicht verliert. Mit Eis. Oh, ich habe einen Eisgleiter. Bruder, viel schneller. Man rutscht jetzt in der Luft. Nein! Uff, Uff, Digga. 70 hast du mir gezogen, Digga. Das war ein sauberer Headshot. Trau dich. Aua. Oh! Was war das für eine Flugroute, Alter? Ja, ich wollte... Ich wollte... Ich wollte... Oh! Oh! Uff, was für eine Strat. Du bist unter mir gelandet, also... Hä, du willst aber auch... Wir müssen nur noch zu dir kommen, ohne dass du mich die Insta weghaust. Stopp. Ich war... Oh, Digga, was? Wie schnell machst du die... Wie schnell machst du die kaputt? Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh! Oh! Junge, nein! Oh! Ich setze mich da jetzt ein. Nein! Machst du nicht. Geh auf, bitte. Kommt er jetzt! Wenn ich jetzt hochhüfte, dann klatschst du mich weg. Nein! Oh! Oh! Junge, Alter! 13 AP! Ich dachte... 13 AP, Junge! Let's go! Okay, warte, ich muss hier ganz kurz... Ich dachte, es ist eine Wand! Ich dachte, es ist eine Wand! Ich dachte, es ist eine Wand! im Krieg... Boah! Victor! Leute! Das war's für dieses wunderschönen Video! Checkt auf jeden Fall den Kanal von Tobi aus! Ich würde sagen, das war's vom Flugzeug versus Fluggeschütz Battle, meine Freunde! Damit bin ich raus! Macht's gut! Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Ciao, ciao!